Die internationale Finanzstabilität wird dem deutschen Finanzminister Christian Lindner zufolge eine große Rolle beim anstehenden Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer spielen. Die zuletzt stark gestiegene Inflation und ihre Auswirkungen seien für viele Entwicklungsländer eine besondere Herausforderung, das sagte der FDP-Chef am Mittwoch in Berlin. Deshalb sei die Erwartung, dass sich dies auch natürlich widerspiegelt, im Abschlusskommuniqué am Freitag, sagte Lindner. Die G20-Finanzminister und Notenbankchefs beraten am Donnerstag und Freitag in Jakarta. Viele Teilnehmer werden wegen der Omikron-Welle aber nur virtuell zugeschaltet sein, so auch Lindner. Am Freitag soll das Abschlussdokument veröffentlicht werden, in dem die G20-Länder ihre Pläne und Prioritäten festlegen. Darin enthalten sein dürften auch Aussagen zur Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise sowie der Umsetzungsstand der geplanten globalen Steuerreform.